Hallihallo Hallöle, ich bin's mal wieder, euer Donfi. Okay, Spaß beiseite, ich bin wie immer total bescheuert. Ich hatte vor zwei Wochen das Community-Event angekündigt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, rechts oben in der Infobox, müsste das jetzt aufploppen. Dann schaut euch das Video auf jeden Fall mal an, ansonsten schaut hier jetzt einfach weiter. Ich gehe hier nochmal kurz auf das Community-Event ein. Für alle, die wirklich gar nicht wissen, worum es geht. Die Regeln etc. pp. Und am Ende gehe ich nochmal auf ein paar Fragen ein, die bei mir im Discord gestellt wurden. Genau, was ist das Community-Event? Da geht es darum, dass ihr RPG-Maker-Spiele erstellt innerhalb eines Zeitrahmens und eines Themas. Und diese dann bei mir abgebt. Diese werde ich dann zum Community-Event streamen. Das Ganze dann kommentieren logischerweise. Wir bewerten die Spiele, analysieren das Ganze ein bisschen, was gefallen hat und was nicht gefallen hat. Also was nicht so gut ist halt. Daraus lernt man natürlich. Darum geht es ja. Das ist ein Tutorial-Kanal hier. Das ist der Sinn. Und ja, es gibt natürlich Preise zu gewinnen für alle, die was abgeben. Weil ihr sollt ja auch belohnt werden dafür. Und genau. Und da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen. Auf die Regeln nochmal ganz explizit. Ganz einfach. Die Regeln sind folgendermaßen zusammengefasst. Ihr sollt ein Projekt entwickeln zum Thema Escape Room. Ein Escape Room, wer es nicht weiß, ist ein Raum, aus dem man versucht herauszukommen. Und das durch Lösen von Rätseln und Sammeln von Hinweisen. Ich denke mal, das sollte soweit verstanden sein. Wenn nicht, könnt ihr gerne Fragen hier unten in die Kommentare. Kein Thema. Die Größe ist begrenzt. Ihr dürft maximal eine unspielbare Map für Menüs benutzen. Zwei unbespielbare Maps für Intro und Outro. Und maximal vier Maps für das eigentliche Spiel. Für den Escape Room quasi. Oder das Escape Hotel. Oder die Escape Lagerhalle. Wie ihr das auch immer machen wollt. Die Größen der Maps orientiert sich an den RPG Maker V und MZ. Weil da finde ich, ist diese Größe hier die Optimalgröße. Das ist die Auflösung 1104 mal 624. Das ist dann exakt diese Größe hier. Und das sieht eigentlich relativ groß aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das passt genau auf einen Bildschirm dann drauf. Davon dürft ihr vier Maps machen. Also ihr habt wirklich sehr viel Platz. Ihr habt wirklich sehr viel Platz für euren Escape Room. Ihr dürft auch andere Formate verwenden. Aber dazu kommen wir dann später im FAQ-Bereich dieses Videos. So, zurück zur Zusammenfassung. Ja, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Teilnahmeschluss ist dann der Freitag, der 3. Juni. Okay, da ist dann Sense um 23.59 Uhr. Ist dann Sense. Dann nehme ich keine Projekte mehr an für das Community-Event. Bis dahin sind noch acht Wochen Zeit ab heute. Acht Wochen. Das reicht locker flockig aus. Locker flockig, um da ein cooles Spiel zu machen. Und selbst wenn es nicht perfekt wird. Das ist vollkommen egal. Macht einfach mit. Habt Spaß. Es geht um den Spaß, okay. Ähm, genau. Und das war es eigentlich soweit an wichtigen Regeln. Den Rest könnt ihr euch gerne durchlesen. Verlinkt in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Ganze nochmal ganz genau durchlesen. Genau, die Preise sind 8 mal 10 Euro Steam-Guthaben. Die werden verlost an alle Teilnehmer. Also unter den Teilnehmern bekommen acht Leute dann jeweils 10 Euro Steam-Guthaben. Wenn ihr den RPG-Maker noch nicht habt, der ist aktuell im Sale, gibt es den RPG-Maker MV für 14,79 Euro. Das ist relativ günstig, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, also 15 Euro, ähm, das ist wirklich günstig. Der MZ ist auch runtergesetzt, aber der kostet immer noch satte 44 Euro. Das ist doch deutlich teurer. Aber ebenso runtergesetzt jetzt, ähm, bis zum 11. glaube ich, bis Montag. Ähm, und danach wird wahrscheinlich der Oster-Cell kommen und dann ist er auch wieder runtergesetzt. Also, ähm, das eilt jetzt nicht. Aber, ähm, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Wenn ihr den denn kaufen wollt und damit liebäugelt, es ist hier keine Werbung oder so, ich kriege kein Geld dafür. Das sage ich als Empfehlung. Genau. Kauft die RPG-Maker auf jeden Fall immer im Sale. Ähm, es ist sowieso ständig Sale auf Steam. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum FAQ-Bereich dieses Videos. Da gab es einige Fragen bei mir in Discord. Ähm, und da kommen wir jetzt dazu. So, was haben wir denn so an Fragen? Das sind gar nicht so viele, die ich mir da rausgepickt habe. Ich muss mal kurz hier ein bisschen reinzoomen, dass ihr das besser sehen könnt. Ja, machen wir es so. Ähm, gibt es Spielelemente, die verboten sind? Darf zum Beispiel kein Kampf verwendet werden? Ähm, doch natürlich. Ihr dürft Kämpfe verwenden, Minispiele dürft ihr verwenden. Ihr dürft, ähm, alle möglichen Rätsel. Ihr dürft wirklich alle Gameplay-Elemente, die ihr euch ausdenken könnt, verwenden. Wenn ihr natürlich im Rahmen der erlaubten, ähm, des erlaubten Bereichs bleibt. Falls ihr da irgendwelche, ähm, Verständnisprobleme habt, könnt ihr euch gerne nochmal persönlich an mich wenden. Oder auch öffentlich hier in den Kommentaren oder auf Discord etc. pp. Link zu Discord ist natürlich auch in der Videobeschreibung. So, ich denke mal, das sollte soweit klar sein. Kämpfen auf jeden Fall erlaubt. Auf jeden Fall Minispiele auf jeden Fall erlaubt. Alles in die Richtung komplett erlaubt. Puzzle lösen oder so, alles erlaubt. Ähm, alles kein Thema. So, dann haben wir, ähm, ja, zwei Dinge, die eigentlich ziemlich zusammenpassen. Das wäre einmal 23x13, also die Größe hier. Kann ich auch nochmal hier bearbeiten. Da steht es nochmal, 23x13. Ähm, heißt immer 23 breit und 13 hoch. Oder darf man das auch tauschen, wenn es besser passen würde? Die zweite Frage, die so in die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, können meine vier spielbaren Maps auch die Größe 20x15 haben? Ich kann mit dem XP keine 23x13 große Map erstellen. Ähm, das ist natürlich vollkommen erlaubt. Ihr sollt, ähm, eine Gesamtgröße von 1200 Kacheln, ähm, haben. Für euren spielbaren Bereich. Das, ähm, steht auch in den Regeln so drin. Da steht es. Ähm, 1200, ähm, bespielbare Kacheln. Ähm, beziehungsweise Kacheln von den, für die Maps. Ähm, genau. Und, wenn ich das jetzt mal kurz durchrechne, Ähm, haben wir hier zum Beispiel, er wollte jetzt hier 20x15. Ähm, 20x15 sind 300x4 Maps sind 1200. Passt exakt auf unsere Kachelmenge. Also, ähm, passt genau. Ihr dürft natürlich auch, ähm, eine große Map machen. Steht auch hier in den Regeln. Oder von mir aus auch zwei, ähm, große Maps. Ähm, Hauptsache wichtig. Diese 1200 Kacheln sollte nicht überschritten werden. Das werden wir im Zweifelsfall tatsächlich überprüfen. Gut. Aber nur im Zweifelsfall. Natürlich. Nicht bei jedem einzelnen Projekt. So. Nächste Frage. Müssen die... Achso, ich muss erstmal rüberkopieren. Und dann vorlesen. Äh, müssen die Maps, äh, für das Intro, ähm, Schrägstrich Outro schwarz, beziehungsweise leer sein. Oder dürfen da auch Möbel stehen. Die Intro- und Outro-Maps dürfen komplett gemappt sein. Ihr könnt dort machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Eventen, ihr könnt dort Cutscenes machen. Also, ihr könnt dort wirklich alles machen. Alle, ähm, 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 alles, was der RPG-Maker hergibt. Aber nichts Gameplay-Technisches. Also, nichts, wo der Spieler diese Figur selber rumsteuert. Oder, ähm, irgendwelche anderen Gameplay-Elemente hat. Also, das dürft ihr dann nicht machen. Das ist klar. Also, jetzt, ähm, Dialoge und so ist natürlich vollkommen erlaubt. Ähm, das ist vollkommen erlaubt. Ihr dürft euch da... Ihr dürft da irgendwelche Charakter machen, die da rumlaufen, etc. PP. Das ist durchaus erlaubt. So. Gut, haben wir das auch erklärt. Ähm. So, nächstes. Ähm, es geht darum, aus maximal vier Räumen zu entkommen. Aber aus welchem Grund man da ist, oder wie viele Charaktere es gibt, ist jedem freigestellt. Oder? Ja, natürlich. Also, ähm, maximal vier Räume. Klar, haben wir schon geklärt. Ähm, der Grund ist vollkommen egal. Also, der Grund, warum ihr überhaupt aus diesen Räumen entkommen wollt. Der Grund, warum ihr dort überhaupt gefangen seid. Das ist vollkommen egal. Ähm, spielt gar keine Rolle. Könnt ihr frei wählen. Ähm, genau. Und wie viele Charaktere es gibt, ist auch freigestellt. Also, ihr könnt zum Beispiel auch vier Räume machen und jeweils in jedem Raum einen Charakter. Und dann irgendwie, ähm, per Tastendruck hin und her switchen oder so zwischen den Räumen und dann gemeinsam Rätsel lösen. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viele Ideen weggenommen. Ähm, aber das ist natürlich durchaus erlaubt. Ähm, ihr könnt auch verschiedene Charakters machen mit verschiedenen Eigenschaften. Der eine kann zum Beispiel Schlösser knacken und der andere kann, ähm, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Wir flühen diesen nicht. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade kein zweites Beispiel ein. Egal. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Das ist euch komplett freigestellt. So, nächstes. Ähm, und auch letzte Frage. Und ansonsten dürft ihr natürlich immer Fragen stellen. Hier in den Kommentaren oder auch auf Discord. Ähm, was ist, wenn einer der Protagonisten in einer Rückblende sein Zuhause sieht? Zum Beispiel. Zählt dieser Ort dann als Map? Jein. Diese Frage kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Das kommt darauf an, wie es gelöst wurde. Ähm, du könntest, ähm, Deine Rückblende könntest du zum Beispiel über Pictures einblenden. Also hier über den Befehl, äh, blub, 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 einfach hier auf Seite 2, äh, Bild zeigen. Und dann kann man ja hier Bilder anzeigen. Ähm, und dann kann man ja Bilder anzeigen. Und darüber könntest du Rückblenden machen. Oder natürlich, du könntest auch eine extra Map verwenden. Ähm, dann könntest du zum Beispiel auf die Outro Map verzichten. Oder auf die Intro Map verzichten. Das würde auch gehen. Ähm, würde dann halt als, äh, Map zählen. Also wenn es eine Map ist, zählt es als Map. Wenn es keine Map ist, zählt es nicht als Map. Ist ja logisch. Also man darf da rumtricksen über Pictures, darf man natürlich dann rumtricksen ein bisschen. Ähm, genau. Das ist natürlich durchaus erlaubt. Sollte sich aber auch ein bisschen im Rahmen halten, ist ja klar. Ähm, da muss man halt schauen. Ähm, aber das, ich denke mal, wenn das jetzt über Pictures gelöst ist, wirst du da ja sicherlich nicht irgendwie 50.000 Orte als Rückblende machen. Und wenn es nur Code zurückblenden sind, spielt das selbst dann eigentlich keine Rolle. Wichtig ist das Gameplay, dass das halt innerhalb dieses Raums stattfindet. Gut, das war es mit den, äh, wichtigsten Fragen. Es wurden noch ein paar andere gestellt. Manche überschneiden sich auch, ähm, wie zum Beispiel das mit den Kacheln. Ihr dürft, ähm, die Kachelgröße der Map dürft ihr wählen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur auf diese 1200 Kacheln halt kommen. Wie ihr das macht am Ende ist vollkommen egal. Ihr könnt auch zwei Maps machen, die 600 sind. Ähm, oder ihr macht, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel drei Maps, die 400 groß sind. Geht ja auch, also ihr müsst da nicht irgendwie eine Map machen oder zwei Maps oder drei Maps oder vier Maps. Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das machen möchtet. Ihr könnt das auch unterschiedlich verteilen. Ihr könnt natürlich eine Map machen, die ist zum Beispiel 800 groß und eine, die ist 400 Kacheln groß. Dann habt ihr auch insgesamt 1200. Also ihr könnt das aufteilen, wie ihr möchtet. Ähm, lässt sich auch immer relativ leicht rechnen. Jetzt habe ich den Rechner zugemacht. Ähm, lässt sich auch immer leicht rechnen. Hier einfach 20, äh, mal 15, zack, bumm. Schon hat man rausgefunden, wie viele Kacheln das sind. Das ist ja nicht so schwierig. Denke ich mal, steht ja dann immer hier, die Kacheln, ähm, einfach immer multiplizieren. Und dann am Ende addieren alle vier Maps. Genau, und das darf die 1200 nicht überschreiten. Ähm, so, genau. Und wenn noch Fragen sind, dann, ähm, stellt diese einfach. Genau, das war's dann eigentlich von mir, von meiner Seite. Ähm, tschüssi, liiii, tschüssi, liiii, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.